Das Familienzentrum Waltersdorf hat am 5. September seinem Namen alle Ehre gemacht. Bürgermeister Sebastian Martin begrüßte hier die Familien aus Grottendorf und Waltersdorf, die im Zeitraum August 2021 bis Juli 2022 ein Kind bekommen haben. 17 Familien waren gekommen, 25 hatten eine Einladung bekommen. In den 12 Monaten waren 14 Mädchen und 11 Jungs zur Welt gekommen. Auch Bürgermeister Sebastian Martin und seine Frau sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Zur geselligen Stunde mit einem kleinen Programm gab es für jedes Baby 25 Euro von der Gemeinde sowie 15 Euro von der Volksbank. Außerdem gab es kleine Sachgeschenke. Die Veranstaltung war die mittlerweile 30. Babybegrüßung der Gemeinde Grottendorf. Das Familienzentrum selbst feiert bald sein 30-jähriges Bestehen. Am Abend des 16. September mit einem Fest in der Turnhalle der neuen Oberschule Grottendorf.